Dicke Eier sind immer ganz entspannt, Charmant und Sullivan. Ja, dicke Eier werden viel zu oft verkannt. Wenn du denkst, du hast die nächsten Eier der Welt, dann denkst du nur, du hast die nächsten Eier der Welt. Wenn du denkst, du hast die nächsten Eier der Welt, dann denkst du schon langfristig stay. Baby, du hast die nächste Eier der Welt. Wie geht's nun, Eier der Welt? Ja, dem einen nimmt man's gar nicht an, doch bei dir, ja da, der kennt man schon am Gang. Ich glaub wirklich, da hast du dich vertan. Schau sie dir doch noch einmal genauer an.